In dieser Ausgabe von PC Player testen wir Action Soccer, das erfreulich unterhaltsame neue Fußballprogramm von Ubisoft. Und den Spielspaß bringen wir am besten rüber, indem wir einfach eine Runde spielen. Und zwar Heinrich Lehnhardt gegen meine Wenigkeit Florian Stangl. Und Anstoß! Stangl im Ballbesitz. Aha, von wegen. Ja, was ich gleich am Anfang erklären möchte, ist das Passsystem. Wenn ich jetzt auf den Passknopf drücke, ist der Ball genau auf den Spieler gegangen, der in Pfeilrichtung stand. Da kann man sehr genaue Pässe spielen. Hier nochmal schön zum Leben. Den Gegner austricksen, den ich jetzt hier. Man muss halt immer gucken, wo zeigt die... Oh, gefährlich, gefährlich! Nein! Nein! Wir lassen uns wieder runter und gleich nochmal angucken, wo ist ein schöner Pfeil. Will ich gar nicht mehr sehen, mach das bitte weg. Man muss halt mal aufpassen, in welche Richtung zeigt der Passpfeil. Wenn der Passpfeil nämlich nach hinten zeigt, dann spielt er nämlich einen Pass nach hinten. Also im Zweifelsfalle sollte man vielleicht, äh, Clint mal nach vorne bolzen mit dem Schussknopf, bevor man sich vielleicht einen unglücklichen Querpass... So, jetzt aber. Das war das Passspflicht. Erklär du nur, jetzt. Jetzt kommt ein berührende Versuche von meinem Kollegen Stangl mit seinem Treterteam gegen meine gut gestaffelte Abwehrpaste. Hier, Achtung, Abpass, ein... Oh, ich wollte gerade den eleganten Querpass in einem Startraum, der wurde... Der Mann ist ja fußkrank, der kann doch noch schießen. Aber das war jetzt nicht wahnsinnig clever. Naja, beim Abschlag, Sie haben es gerade gesehen, wird ja ein bisschen zurückgezoomt, dass man ein bisschen mehr Übersicht hat. Achtung, hier nochmal ein Pästchen. Das Schöne sind halt so richtige Flanken wie jetzt hier und dann direkt Abnahmen. Und dann hat der Torwart noch leichte Schwierigkeiten. Und wenn natürlich dann hier die Abwehr dermaßen hier rumschnarcht, wie das beim Kollegen da fandet. Und meine Foulversuche helfen nichts. Gut. Also, ich glaube, es kommt einigermaßen rüber. Das spielt sich sehr einfach und sehr leicht. Und durch dieses intelligente Passsystem kann man sehr schöne Ballstafetten hinkriegen. Und es ist einfach fun, gerade mit zwei Spielern. Florian, sag mal, obwohl du gerade verlierst. Nein, nein, ich gebe Ihnen schon noch. Keine Angst, keine Angst. Guckt mal den Pass an, jetzt direkt Abnahme in die Abwehr. Wie gesagt, Action-Songer von Ubisoft. Test ist auch in dieser Ausgabe. Und wir spielen das den ganzen Tag und schreiben keinen Artikel mehr. Nicht ganz. Schön wär's.